Mila ist Literaturwissenschaftlerin. Sie arbeitet in einem Projekt, das eine digitale Edition der Briefe eines berühmten Schriftstellers erstellt. Sie hat viel von TextGrid gehört und möchte diese virtuelle Forschungsumgebung nutzen. Sie registriert sich auf der Projekt-Homepage und lädt dann die TextGrid-Software herunter. Jetzt kann es losgehen. Aus ihrem analogen Ausgangsmaterial wird ein digitales Endprodukt. Dazu scannt Mila die Briefe ein und lädt die Dateien in TextGrid hoch. Nun stehen ihr viele Wege offen, um das Material weiter zu erschließen. Verschiedene Werkzeuge helfen ihr dabei. Mit dem XML-Editor kann sie die Briefe transkribieren. Die integrierten Fachwörterbücher ermöglichen es, Begriffe nachzuschlagen und die Einträge mit dem eigenen Dokument zu verlinken. Mit dem Textbild-Link-Editor kann sie die Faximilis der Briefe mit der Transkription verknüpfen. Klickt sie dann zum Beispiel auf eine schwerleserliche Stelle im Brief, wird sie zur Transkription weitergeleitet und liest dort nach, was an der Stelle geschrieben steht und umgekehrt. Außerdem stehen noch viele weitere Werkzeuge wie ein Noteneditor zur Erstellung von Musikeditionen zur Verfügung. So kann jeder Geisteswissenschaftler nach seiner Ausrichtung die Werkzeuge individuell nutzen. Ein Pluspunkt dabei, TextGrid ist so angelegt, dass sogar eigene Werkzeuge eingebunden werden können. Für die Verwaltung von Milas Materialien in TextGrid gibt es ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. Mila kann anderen Rechte zuweisen, beispielsweise Schreibrechte für die Mitarbeiter im Projekt oder ein Leserecht für andere Fachwissenschaftler. Besonders interessant ist für Mila auch die Option, ihre Arbeit mithilfe des TextGrid Repositories, einem digitalen Forschungsdatenzentrum für die Geisteswissenschaften, zu archivieren und zu publizieren. Dann können alle ihre edierte Fassung lesen, zitieren und sie kann sie mit anderen Portalen, digitalen Archiven oder Datenbanken weltweit verknüpfen. Mila ist sehr zufrieden, denn TextGrid bietet ihr viele Vorteile. Durch die zahlreichen Werkzeuge wird das wissenschaftliche Arbeiten erleichtert und zusätzlich vernetzt sie ihre Arbeit mit der Arbeit anderer Wissenschaftler. Daraus können sich wiederum neue Fragestellungen ergeben, die zu ganz neuen Forschungsfragen anregen.